Hallo und Willkommen zu neuen Folge von Let's Play, Pokemon Legate in Arcus Ich glaube ich werde ihn anschleichen Gehen, Fazl Gehen, Fazl So, ja egal, Zeitlärm. Das war für den Ballwerk nochmal, direkt. Let's go! Also, wir haben zwei Drachen, zwei Wasser, aber auch zwei Flugpunkte. Dann proben wir dabei die an den Steintafeln halten. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Egal, jetzt versuche ich später Verzucht zu kriegen. Weil ich was riecht, hole ich mir Verzucht. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Tick, 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 tick. Tick, 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 tick. Die alten Senua, okay. Tick, tick, tick. Tick. Pizz, mix. Tick. Tick, tick. Tick. Untertitelung des ZDF, 2020 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 da sind noch zwei Nebenquests, drei Nebenquests, na die muss ich annehmen, ich kann nicht anders Das ist ein Geheimnis der Leute, ich kann nicht wissen, ob ich das sage, dass ich eine Ah, der will ein richtiges Burm hier haben, sag ich nur einmal, wenn wir ein Burmadame Ah, der will ein richtiges Burm hier sein, sag ich nur einmal, sag ich nur einmal, sag ich nur Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, wir sollen gegen ihn kämpfen. Geowatz, jawoll! Nein, wir sollen ihn tun up zu vorne. Hier wieder verarschen. Hey man, beide Pop sind effektiv, Pop-Typ mit Stahl und Wasser. So, vielleicht geht's mit Dialga entgegen. So, Dialga, Eisenscribe, go! Das Garabond! Yo! Okay, das hat nicht aufgezogen. So, ich bin noch Star-Grab, so du bloß dran. Ich werde mal kurz Dialga heilen. Das ist aber fast, wenn du den Kampf kriegst. Tempo-Tätig? Okay. Okay. Das sieht nichts ab. Das sieht auch nichts ab. Was? Was? Äh, okay. Den Maltrieb. Wow. Gott, ich gehe jetzt wieder zu Nupter gegen. Okay. Ah, relaxo, oh, Gott. und dann direkt angreifen die eigene du bist dran Palkia Raumschlag Palkia nochmal Raumschlag Geil hat er verfehlt Palkia nochmal Raumschlag Oh ich freue mich schon auf Gen 9 wenn das so ungefähr ein ähnliches System ist was passiert denn im Doppelkampf mit die Alga und Palkia das sieht dann ja glaube ich übel episch aus wenn man zwischen den Beinen steht ich kann sehen es ist ein Pain-Punker nebenbei Will ich schon bei Drachen bleibe gehen wir schon auf den Stahltypen Easy Weiß ich nicht wie ich das mache in dem Gelände in dem Gelände Oh Geil dass er sich in Doppelkampf mit ich kacken würde Da Tight land die Alga Easy 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 Äh Der greift dreimal den Vollgang? Really? Ja I got sideline bandits Ich muss sagen Ich muss sagen die Legis aus Gen 4 fühle ich halt übel irgendwie Ich muss sagen die Legis aus Gen 4 fühle ich halt übel irgendwie Äh Die beiden Covers Also äh Ich glaub Samian und Zamba Center Äh Sachian und Zamba Center Wir haben die Fausttafel Als auf so ne Tagplatte Als auf so ne Tagplatte Als auf so ne Tagplatte Die vier tafeln wir haben jetzt kurzer zwischenstand 1 2 3 4 5 6 7 das ist 10 12 es gibt ja keine pehntafel nee dafür trotzdem eine wartemaße 17 ach das gibt keine mahltafel ich kann nicht nachzummen Ah, das hat Übungsgelände Übungsplatz Oh, wird es zwar auch mit Übungen gibt Ah ja, da war man Ah ja, da war man Das war jetzt nicht Teil der Abmachung Ah ja, da war man Mit der Parschen Wer hat bitte die Militere mit 62? Okay, das habe ich jetzt nicht rein Ach, da hat man gar keine Dichtattacke Da muss ich von seinem älteren Geschütze greifen Ah, da habe ich die Alga für die Runde Ah nein, wie riesig die Alga doch ist Alter, die Alga blockiert die halbe Straße Ein Scheinux Als ob ein Scheinux Erdkräfte So, die Alga gut gekämpft Palkia, du bist dran Palkia, Raumschlag Okay Palkia, nochmal Raumschlag Und wenn du bist, dann kannst du auf die Hände Dann kannst du mit dem die Alga aus Wenn du bist, dann kannst du auf die Hände Ich glaube, da ist das nicht so gut wie du bist das stimmt wenn wir jetzt die Belie das noch finden jetzt habe ich wieder etwas kommt jetzt kommt mir in die Dings in der Kress Also wenn ich durchkomme. Ich bin noch zwei Stück in dem Gebiet, aber wo? Ich bin noch zwei Stück in dem Gebiet. Hä? Da drin, Schleimba. Eiboli! 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 Was? Uff! Gut, da würde ich sagen einfach, danke für's Zusehen, Leute, wenn's euch gefallen hat, und wie viel Wert auf uns war, könnt ihr euch den Kanal zu sehen, aber fast zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal und tschau, tschau!